Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich hab auch noch keins gehört. Noch mal wechseln. Ich würde mal gucken, wie der Tank ist. Oh, hinter uns ist jetzt ein Flugzeug. Oh, der ist gut. Oh, oh. Keine Waffe machen. Ich will mir jetzt in den Häusern fahren und dann anhalten. Ich will es fahren. Wollen wir da näher ran fahren? Ich weiß gar nicht, wie viele waren. Ich will das mal kurz vor. Wo waren denn die? Der war alleine jetzt vorne. Oh, da ist alle. Unnot. Ich glaube da hat ein Sniper. Wollen wir mit dem Auto fahren oder was? Schau mal! Wollen wir mit dem Auto fahren oder was? Ich weiß. Okay, Piper check in. Wo hin? Keine Ahnung, die fahren irgendwo hin. Tut die eben hin oder was? Der fällt gerade ein Auto auf, Norn. Ja anscheinend. Wenn der die sich anmacht, dann kann man nicht wissen, wie sie wollen. Zum Loot? Ne, oben. Oh ne, jetzt sind da noch mehr Gegner. Ich fahr jetzt mal weg. Wir räumen mal von hinten auf. Wir halten hier mal an. Am Häusern, am Hütter irgendwo. Dann war auf Süd, südlich war noch einer. In der Hütte ist einer. Der läuft da jetzt. Da ist einer. Ne, ne, ich bin von hinten. Ah, jetzt hier. Der smogt die Kar rein. Aber in den Kopf. Da sind zwei in der 1-Moc. Oh, das gibt's nicht. Ehrlich. Wie kann denn der das überleben? Da sind zwei in der 1-Moc. Gott, was ist denn hier los, ey? Da hat ja einer seine ganze Muni getroppt Wo? Hier, direkt vor mir Alles neuner Okay Scheiße, hab ich nicht gesehen Pass auf, die 2 hat uns gesehen, die 250 Deiner rennt weg Pass auf, ihr bekommt da 2 Da steht einer drinnen, hinter dem Weg ist einer, gell? Sehr schön, sehr schön, geht es Den einen hinten am Baum hab ich gelockt Lass gleich mal vor zu den Mates, Papa, mit dem Auto, aber ich lass, ich halte mich erst Geh neulich raus Dann wird der Blatt Baut, wird, 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 tot, beide, tot Gut, rum Ach, verflucht, ich hab keine weiteres Magazin Gut, da ist einer gelaufen, rechts ist einer gelaufen Und da wird ich für die Unterhöhung Bin ich jetzt blind? Ja, hier, in dem Ding ist Geh neulich heute Ah ja, ich hab was gehofft Das ist oben Achtung Oioioioioioi, heilige Scheiße Was hat denn der gesoffen? Dass der so wirft? Wo von hinten? Ey, scheiße Geh neulich raus, ich hab's gehofft Verfluchte Kanne, wo hat der welcher Sack hat mich er Oh scheiße Pass auf, dank dir Achtung, Rose, Molly Molly liegt oben Oh, Rose, Bram, Scheiße Ach, Mist Psst Achtung Pass auf, Papa, hier an der Ecke ist einer Oben, jetzt geben wir einen hoch Da ist noch ein zweiter Digga Das sind ja zwei Ich schmeiß eine Granate Habe einen genockt Den hinten im Raum hab ich genockt Hinten im Raum nur noch Balkon ist da Was die wieder geschmissen haben Das war ja auch wieder unglaublich Hey, sag mal, das gibt's doch gar nicht Ich geh'n holen Ey, jetzt krieg ich aber echt den Föhn Sag mal, könnt mir am Ende verraten, wo der Sack ist? Kann mal einer des Dingens bitte Äh, safe fahren Oder ich mach's selber Achtung, ich fahr das Auto weg, wo Ich bin rübergegangen Oh, das hat nur noch ein Dingens Fönix ist auch noch Oh, Fönix, wo ist der? Auch da irgendwo bei dir Ja, ich seh's Wo du warst Kommst du zu mir? So, jetzt Was hat denn der anderen gehabt? Jetzt hab ich die Schnauze voll von dem Vollpfosten Höh! Luliche Was hat denn hier für ein Problem? Ich geh aufs Dach hoch, keine Ahnung So, hier liegt ein Achter Jetzt guck ich mal, ob man dem Typ dann nicht mal Was? Das kann doch nicht wahr sein Wie hab ich denn jetzt hier Schaden bekommen? Wo sehe ich Ich weiß es auch nicht, wo der ist Der muss in dem Haus Wahrscheinlich von der Schussposition her Aber ich weiß Oder in der Hütte Ich weiß nicht, ob der Koscher ist Weil der Instant geschossen ist Ich seh, er ist auf dem Balkon Wo? Hier Da, wo er 173 angemagt ist Okay Achso In diesem Jetzt weiß er, dass wir wissen, wo er ist Auf dem hinteren Balkon meinst du, oder? Ich hab ihn aber auch getroffen Er ist zweimal von mir gehittet Okay, ich hol dich Geh rein, geh rein Ich hab mit der MK zweimal getroffen Das kann doch gar nicht sein, der Vollpfosten da Doch, das Mit dem Karben musst du mehrmals hitten Ja, aber ich hab ihn ja schon gut gekriegt Vielleicht was ist da dran, dann würde ich jetzt auch hinfahren Ansonsten Das ist ein bisschen miese Let's kommt, let's kommt Komm ins Auto Ja Fahr mal mit dem Auge hin Und du hältst dich bitte, Papa Da dran Wir fahren zu ihm Zu ihr Ist er tot, oder was, der andere? Ne Ja, aber der ist, glaub ich, weg Ne, ne, der ist noch da Ich hab ihn Super! Ich war nicht kurz Ich war nicht kurz Gigi Links ist der Tropf Hier ist auch noch einer Oh, der wird schon blutig gewonnen Ich bin... Ah, scheiße Der hat mich voll mit dem Dings rausgeholt Wir fahren hier rum, dass die uns abschießen Das magst du Aber Geh, genau Geh an dem Dings Oh fuck Ah, ich bin tot Fahrt weiter, fahrt weiter Oh nein, dann fahren wir weiter Fahrt weiter Kommt rein Kommt rein Mist Sorry Ja gut, ich hab den... Ich hab grad den Typ anvisiert Da hat er mich schon getroffen Ich fahr mal hier aufs Garage aus Jetzt hatten wir dafür müssen einfach Irgendwie... ABM Ja, ABM Ich hatte halt auch nur noch einen kaputten 3er Helm Deswegen konnte er mich so gut treffen Im ersten Punkt Naja Schlechte Runde Verfluchte Kanne Weißt du wo er war? War er in der Halle oder was? Ja, also ich hab grad auf die Halle geschaut Ich hatte einen 8er Und in dem Moment schießt aus der Richtung was Aber ich hab ihn nicht gesehen Aber es war, meine ich, aus der Richtung Ich überleg, ob ich an Blut gehen soll Du bist ja schon unterwegs Ja, aber ob ich halt auch an Blut rangehen soll, meine ich Ja, ich würd auf jeden Fall schon mal hinter dem Baum bleiben Oh man, der hat mich schon gesehen Scheiße, die anderen Hast du ihn gesehen? Ja, der Ah ja, das ist der Typ Oder ne, das war ein anderer Aber so ähnlichem Oh ja, komm Ach komm, ey, so Wirklich Da rechts auf 1250 Ja, ich seh'n Der kommt jetzt rangerand Ist hier an dem Baum richtig los Smoke bitte bei mir Sonst wird es ganz ekel Oder holt ihn nicht Ey, super! Klasse gemacht, Phoenix So ekelhaft im Dings wieder, wirklich Scheiße Du bist da getroffen, gell? Nein Nein, Phoenix wird getötet Oder? Ja, komm, komm die zu mir Auf dich, bitte, 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 lass uns leben Lass uns einfach nur leben Du hast aber auch nicht mehr viel, ey Nein, nein, nein Ach man Wir müssen nochmal smoken Ach man Smoke erst nochmal, bevor du mich holst Oh je Smoke direkt, bitte, wenn Okay, dann mach ich's Warte, ich leg dir raus Dann kannst du's machen Ich muss mich heilen Achtung Ich geh erstmal Ja, genau So, der sah jetzt mal seine scheiß DP in Ruhe lassen, der Typ, ehrlich DP ist super Nervig, der Typ Bitte geh nicht so aggressiv da rein Wenn wir von mehreren Seiten genommen werden Oh, der eine hat reingenockt Oh, da ist er Oh, jetzt wurde er grad gefinisht Wo ist denn der da? Oh, du musst in die Zone, gell? Du musst in die Zone Ja, ich weiß Black Rose auch, die ist ja noch weiter weg Der ist unten in der Lagerhalle Da unten Gut genug Den genockt Den einen genockt Der ist ja schon los Oh, mit AWM Irgendwo auf 2,45 Da, wo wir in die Zone müssen Da ist irgendwo einer Reingefinisht Und auf 2 Der hat zu dem anderen gehört Ah, da ist einer Der läuft da An der Mauer Der ist jetzt offen Der ist jetzt offen 4,45 tot Das war der, der mich erschossen hat Ah, ok Ich hole das Auto, nicht erschrecken Dann stimmt's ja auch Einer noch Ich hole das Auto Oh, fuck Das hat irgendwas kontakt Scheiße Wo ist er? Ah, perfekt Super GG Klasse Spiel Oh, das war aber auch Ganz, ganz knapp Das da, was wir da am Baum gemacht haben Mit dem Ausknocken und allem Das war heute für Phoenix Also das war eine Gruppe Aktion von ihm Danke Da mit dem Hochholen und so Dass da nur noch gefilmt ist Das war belastend Aber sonst was Das ist gar nicht Das ist schade Das ist schade, ja Drei Drei